ja hallo freunde schön dass ihr wieder da seid hier ist der nils und weiter geht's mit einem video heute möchte ich von euch wissen welche youtuber schaut ihr euch eigentlich an das ist wichtig für mich da ich momentan so in der phase bin wo ich jetzt erstmal gucken will wie geht es weiter mit meinem kanal ich habe ja fünf monate nichts gemacht und habe hier jetzt dann mein neues video rausgebracht ich bin wieder da und jetzt möchte ich einfach mal so gucken wohin begebe ich mich was soll ich machen soll ich news machen soll ich mehr auf youtube gehen mehr youtuber besprechen soll ich games besprechen und ich will einfach mal ja in den nächsten tagen gucken wie ihr euch ja zu meinen videos entscheidet was ihr so beitragt was sie für meinungen habt und danach will ich dann auch gehen heute also meine frage welche youtuber schaut ihr euch eigentlich an ich habe hier mal ein paar youtuber für euch rausgesucht die ich zum beispiel mir angucke und dann können wir einfach mal gucken ob ihr die zum beispiel auch guckt ob ihr die kennt und ob das zum beispiel interessant wäre wenn ich auch in dem bereich für euch informationen bereit stelle ich habe hier zum beispiel pixel connect der hat 33.000 abonnenten und der hat sich zum beispiel voll auf playstation konzentriert wer auch ein thema was mich interessiert dass ich euch zum beispiel viel viel mehr themen rund um die playstation gibt so wie er das macht er macht also auch spiele und spiele auf der playstation mehr so autorennspiele und dann natürlich viele entsprechende themen rund um playstation hier zum beispiel um die e3 die vor kurzem war ist das zum beispiel interessant soll ich darüber videos machen ein anderer youtuber den ihr bestimmt kennt oder auch nicht das ist logo logo war mal vor zwei drei jahren ziemlich interessant wenn es um das thema minecraft gegangen ist minecraft ist immer noch interessant es kommt auch neues minecraft jetzt raus das minecraft dungeons hier natürlich die frage ob das zum beispiel für euch auch interessant ist also habt ihr immer noch interesse an minecraft ist das ein thema für euch oder ist das schon wieder vorbei gibt es andere spiele die für euch interessanter sind weitere youtuber den ich mir zum beispiel gerne noch anschauen dr banks dr banks macht ja auch im bereich minecraft dort angefangen aber hier auch in der zwischenzeit sehr viel mit fortnight und auch hier die frage wollt ihr zum beispiel hier sowas sehen minecraft ist das ein thema für euch ist das überhaupt noch ein thema für euch schaut ihr euch dr banks hier an kennt ihr den überhaupt schaut ihr euch den an ja in dem bereich werde ich wahrscheinlich nicht reingehen das ist alles was hier mit tanzverbot zum beispiel zu tun hat das ist ja einer der sehr viel ja von sich preis gibt sehr viele informationen der sich in den rampenlicht stellt hier ich passe nicht aufs klo hotel in köln muss ich mir angucken ja ich habe nicht so viel zeit gehabt in den letzten monaten das habe ich mir angeguckt mit der wurzelbehandlung das war ja grausig also wie hier mit nadeln da reingegangen wird in die zähne aber ich möchte zum beispiel wissen schaut ihr tanzverbot schaut ihr excel 95 ist das ein thema für euch schaut ihr diesen youtuber an was haltet ihr von excel 95 und guckt ihr sowas an ist das interessant ist das einer der helden die ihr jeden tag anguckt wenn ihr von der schule oder von der ausbildung zum beispiel heimkommt oder vom job guckt ihr sowas an ja weitere informationen an euch wenn ich zum beispiel immer anguckt ist kofi channel ich weiß nicht kennt das jemand ein russischsprachiger youtuber der auch ja sehr innovative sehr viele abonnenten auch hat ist das ein thema für euch guckt ihr das ist das interessant für euch wenn ich euch hier zum beispiel solche auto rennspiele vorstelle was ist was ist für euch interessant was guckt ihr so eine weitere frage kennt ihr stand play guckt ihr stand play wenn es um fortnight geht werdet ihr ihn wahrscheinlich kennen möchte wissen ob ihr den anguckt welche andere fortnight spieler auf youtube guckt ihr euch an auch das ist interessant für mich möchte gerne wissen ob ihr müsste news time oder james news time anguckt ob ihr den kennt wie schaut es da aus schaut ihr sowas an er hat ja sehr viel mit dem artikel 13 und artikel 11 rumgetan in letzter zeit ist also sein motto der letzten monate und jetzt geht er halt dann wieder dann auf reso ist es ziemlich eingegangen ziemlich intensiv drachenlord und so weiter guckt ihr das ist das interessant soll ich sowas in dem bereich machen soll ich mehr auf youtuber gehen und auf die youtube szene gehen soll dafür euch videos einfach bereitstellen ja alle floyd war mal vor 2345 jahren ganz gehypt in letzter zeit macht er hier auf dem kanal wenig wenig videos hat immer noch drei millionen abonnenten ja ich weiß die floyd hat noch andere kanäle wo er auch gaming macht aber wenn ich mir das hier zum beispiel schon anguckt dann bin ich mir klar da will er aufrufe generieren und wenn man guckt mit 416.000 zu 200.000 videos video aufrufe hat das video schon ganz schön reingezogen aber hier auch mal wieder eins reso das zieht momentan ziemlich gut noch das hat 800.000 aufrufe das ist ziemlich gut ich weiß nicht ob ich in den bereich reingehen sollte in den infobereich youtube dass ich euch das vorstellt das will ich vielleicht gar nicht so intensiv machen ich weiß es nicht ich will wissen würden euch solche videos interessieren ja guckt jemand von euch sturmwaffel ja das ufo team damals habe ich mir sehr sehr gerne angeguckt hat nicht so viele aufrufe mehr 70.000 aufrufe 60.000 aufrufe hier auch einfach meine frage an euch guckt ihr sturmwaffel an ist das ein thema für euch was ihr da anguckt wie findet ihr den content von ihm und und dann schreibt es mir einfach unten rein in die kommentare reviinside ja auch hier ein youtuber der ziemlich viel mit fortnite gemacht hat ziemlich viel fortnite gesuchtet hat guckt ihr den noch ist das interessant für euch schaut ihr regelmäßig hier reviinside an das würde mich einfach mal interessieren er macht ja nicht mehr ganz so viel fortnite vielleicht hat er einen anderen kanal wenn er einen anderen kanal hat dann sagt mir das schreibt mir das in die kommentare damit ich das weiß stadt land youtuber naja ist hier auch nicht gerade sehr innovativ aber hier immer noch im fortnite bereich tätig felix von der laden wer guckt sich dener noch an ist das euer youtuber ich will wissen welche youtuber schaut ihr euch an unser haus in österreich finanzielle probleme scheinen da keine mehr zu haben wechsle ich vom iphone auf android ich zeige euch wieder mein echtes leben rennwagen also der ist in einer ganz anderen dimension drin drei millionen abonnenten auch er hat es geschafft ist aber ist eigentlich schon noch aktiv drei wochen zwei wochen zwei wochen vielleicht hat er noch andere kanäle ich weiß es nicht guckt ihr euch so was an wer guckt ich sie an ist ja damals eher der ruhigere gewesen im ufo ist das noch ein thema für euch guckt ihr das an er macht ja immer noch videos aber ziemlich wenige als nicht mehr jeden tagen video und ja leider ja dauert es hier alles sehr lang eine neue pc ist bestellt wird auch demnächst irgendwann hier eintreffen aber bis ich das alles gemacht haben wird es noch ein bisschen dauern und dann wird das hier alles so nicht mehr lecken ja einer der zwei youtuber die ich ganz besonders gerne noch anguckt das ist einmal german let's play und paluten ich möchte gern wissen schau dir german let's play noch an ist das ein thema für euch er ist ja sehr sehr aktiv einer der wenigen kann man sagen die aus dem ufo zusammen mit paluten die noch sehr aktiv sind also wirklich jeden tag hier ein zwei manchmal vielleicht drei videos raushauen ist das einer der helden von euch schaut ihr zum beispiel hier noch german let's play an und dann der letzte das eigentlich mein favorit den ich immer noch gerne angucke mit 3,3 millionen abonnenten sehr sehr aktiv ist momentan viele simulation spiele macht guckt ihr paluten was haltet ihr von paluten hat jetzt hier anscheinend sein zweites buch rausgebracht das video habe ich mir noch nicht angeguckt weiß nicht wo es ist das war hier unten wir gewandert ist hier das hat vor mir noch kein anderer youtuber geschafft ja also meine frage guckt ihr die videos beziehungsweise die ja die videos an von den youtuber die ich euch vorgestellt habe sind das noch so die helden die euch anguckt bevor ihr in die schule oder in die arbeit geht oder in die ausbildung geht und wenn nein dann schreibt mir einfach rein welche videos ihr so anguckt weil es mich einfach interessiert weil ich hier mal einfach wieder ein update machen will und ich will einfach wissen welche youtuber ihr so schaut ja das war's von meiner seite aus schreibt mir in die kommentare gebt mir einen daumen nach oben wenn euch das gefallen hat das video und schreibt mir wirklich rein welche youtuber ihr momentan aktuell anschaut das war's von meiner seite aus gehabt euch wohl wo immer ihr seid bis zum nächsten video Nils 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 Untertitelung des ZDF, 2020